hallo internet und hallo youtube auch es ist ja schon wieder da schon erklärt dass man was geht der junge das ist mein haus und nicht da was du hast wir fangen wieder mal an mit ich töte alles aus dem wickel geht heute es nervt einfach was würde ich machen naja da war dann brauchen wir noch mal kohle und wieso das was macht ihr so dumm oder stellt ihr euch so dumm heute so dumm die leute hier in diesem spiel machen so danke danke blödsinn gemacht noch mal 8 ich weiß reicht das eigentlich schon was ich vorhab für den ersten teil wird es eigentlich reichen oder schauen wir mal ja genau dafür reicht es so wir werden das jetzt nochmal ok muss ich mir hier und selber einsteigen bin zu blöd dafür juhu youtube jetzt fängt schon gut an fast und den brauche ich zwei dann brauche ich drei von denen und nochmal zwei von denen vier fehlt mir eins jetzt habe ich fünf dann braucht man dann noch tank da brauchen wir auf jeden Fall mal kurz sowas dann brauchen wir einen einen Ofen kern sind wir schon im richtigen Weg jetzt werden wir nur mehr was wird man jetzt eigentlich noch noch mindestens zwei von denen und dann fehlen wir noch einen tank also zwei tanks wahrscheinlich jawohl wir sind auf einem guten Weg in richtung schmiedern schmiedern so sorgt man das jetzt könnte man hier rein dafür brauche ich für den tank den werden wir uns gleich viel machen minimum acht jo also 32 bei der von denen und den Rest kann man getrost in das investieren so das waren wir den neuen vom Boden jappidu so jetzt brauchen wir noch ein bisschen an Sand und dann gehend das Ende von diesen geblänke von diesen boah Dorfbörner boah ich meine das nervt wir haben es nochmal ein Mörtel besorgen müssen es wird zu wenig werden jetzt sehe ich schon kommen dass es zu wenig wird was habe ich eigentlich vor damit dass ich mir jetzt diese diese schmiede hier mal diese versegnete schmiede ja es ersparen wir damit ersparen wir nicht andere Sachen zu bauen gerade ja gut gut besser wäre dann koch werden wir sowieso brauchen aber ich spars mir jetzt gerade einfach um schwer wenn es einfach auch geht gut das ist eigentlich nicht einfach was ich gerade mache so stimmt es auch wenn nicht andersrum wäre es wahrscheinlich leichter gewesen das war jetzt ein bisserl dumm das war noch dümmer aber definitiv hierzu achtsamt hätte ich jetzt gut glas haben wir das was ich brauche ja wir werden auf jeden Fall nicht darum kommen dass wir nochmal auf Kies suche gehen werden und auf na Sand suche jetzt komme ich nicht darum das ist klar jetzt komme ich nicht darum das ist klar eine andere Taktik erinnert euch jetzt diese ach Schädenkleister diese Versägen ist jetzt na Schmiede hierher zu bauen ja dann hätten wir sie eigentlich bei uns ein Haus und könnten sie ins Haus integrieren war auch eine Überlegung könnte man sich auch überlegen sogar wenn man anschaut dass das wert ist und dann machen wir eigentlich nicht weil ich will ja das Haus sowieso untermauern weil das natürlich gleich vom Vorteil wenn ich es so machen würde Handy kommt ja immer einander ein gell das nervt weil dir nervt es das ist schon woher gesetzt wird sind jäfer 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 ja jäfer das ich die tür so was brauche ich eigentlich noch, wenn ich das blöd in blöd sind mache ahhh Tinker's Construction brauchen wir Add Tinker so was brauchen wir eigentlich noch alles wir brauchen auf jeden Fall Wimma das zu machen ahhh oh mamma mia, ich brauche einen Werkzeugteilbauer mhm, gut, das ist ja noch ok ein Schablontisch, auch ok ein Werkzeugteil Truhe na gut, den brauchen wir eigentlich nicht aber den werden wir brauchen dazu brauchen Eisen, das wäre natürlich klar gut, wir brauchen unbedingt einmal so einen Blödsinn das heißt, wir brauchen, das ist ja ganz watschen einfach wieder viele Rezepte habe ich gleich nicht mehr im Kopf es ist leider so wie es ist ich versuche das hier aus dem Kopf eigentlich zum Spielen zum größten Teil nicht mehr ihr merkt es ja selber und ihr wisst ja selber wie das ist, wenn man ein Spiel spielt man hat viele Rezepte im Kopf aber am Ende ist das Problem wenn man noch manches gar nicht mehr weiß so, von diesem Blödsinn kann ich noch mehr machen sonst kann ich noch etwas machen so, der Set messt auch, das kommt jetzt mal hier hinein nein, das ist das falsche Lager das ist das Lager das ist das Lager das ist das Lager das ist jetzt ein bisschen übertrieben jetzt schon Lager System zu beginnen aber 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 mit der Hardschaft denn das ist jetzt noch relativ wieso muss ich Planks machen? hm ich verstehe das nicht ganz Falscher Tisch Falscher Tisch den wollte ich also schon abbauen für den Tisch hier haben der speichert zumindest ab 2 Sekunden an den Tisch der speichert das nämlich ab ach ich glaube das ist alles so kompliziert manchmal in dem Spiel man merkt, ich spiele es halt nicht zum ersten Mal ich mache das schon ein bisschen leichter stehen besser das wirst du das ist eine Kronenverschwendung fast aber egal da brauche ich das ist eigentlich ein Blödsinn, oder? das ist schon mal Einmal gehts aber jetzt nicht was ich mache dann haben wir es gleich so so und die anderen haben wir ja auch noch zur Verfügung So, jetzt haben wir noch 41, mit 41 können wir wohl hoffentlich, hoffentlich rauskommen. Damit die anderen 2.30 lassen passt. Die könnte man ja eigentlich ganz gescheitig schon. Ach komm. So, ein Glas brauche ich noch, 4 bräuchte ich eigentlich nur. Warum habe ich jetzt 4 gemacht? Walscht, ich habe keinen Grund, warum ich 4 gemacht habe. Ich weiß jetzt nicht welchen, aber es geht dann Grund geben. So, dann haben wir noch 2 über, dann haben wir noch den über. Tab, tab, das kommt mal jetzt da rein. Somit hätten wir das mal fertig. Jetzt wäre die nächste Möglichkeit, Option. Schauen wir es das mal kurz an. Wenn man das so vorstellt, wie ich es mir vorstelle, ist das alles ein bisschen dumm gebaut. Eigentlich nicht, für das erste eigentlich nicht. Hier kommt das anfängliche Lagersystem her. Also irgendwie mal. Dann geht es hier sowieso weiter. Dann werden wir hier wirklich die Schmiede hier machen. Aber die werden wir offen lassen, hätte ich gesagt. Ja, die werden wir offen lassen. Was haben wir da? Ender Lilie. Ja, das ist immer schön. Ich mache jetzt irgendwie hier immer die Schmiede, ja. Dann mache ich Lava. En masse. En masse Lava. Also wenn wir mal zusammenbringen. En masse Lava. Hoppala. Ich hatte es nachschauen, müssen wir eigentlich raufnehmen. Ich habe mir keinen, der mir gestellt hat, oder in irgendwas in die Richtung. Das ist intelligent von mir. So, wenn ich jetzt an 9 rechne, das Ganze hat 9 in der Umschweifung. Hier fahren wir auf jeden Fall mal an. Dann habe ich hier einen Außenblock. Bis hier hin. So, ich will mich nach hinten freilassen. Weil ich will ja hier eigentlich rauf. Da kommt eine Türe dann hin. Denken wir das einfach so. Dann habe ich hier noch einen Außenblock. Und hier habe ich Platz zur Türe. Hier habe ich einen Außenblock. Hier habe ich gar nichts. Hier habe ich einen Außenblock. Hier habe ich gar nichts. So, dann muss ich hier. Türe die Türe rein. Türe. Einfache Türe natürlich nur. Türe mit Stiege. Zwei nach vorne. Blatt eins nach vorne. Plötzlich sind es nur zwei hinten. Schettig aufs. G1 Retour. Ja, 1 Retour. So, haben wir die Schmiede. 3x30. Hier die Schmiede. Dann können wir hier abwerten. Dann haben wir hier. Da, da. Seht ihr da? Dann haben wir da, da. Da ist das Ganze in der Stehland jetzt. Ja, das ist gar nicht blöd. Ja, so stehen wir das vor. Passt. So machen wir das jetzt. So, dann werden wir noch auf Holzsuche. Gehen wir in Holzbauche. Ich habe gerade noch eine zweite. Aber ich gehe mal kurz auf Holzsuche. Weil, ich brauche das dumme Holz, muss ich jetzt sagen. Das halt trotzdem. Komm mal da rum ins Holz. Leider. Ich will unbedingt nicht die jetzt abbauen. Habe ich schon einmal gesagt. Das geht mir nicht am Weg, wenn die jetzt abbauen. Da brauchen wir ewig. Und deswegen möchte ich zuerst mein neues, meine neuen Gerätschaften haben. Also, dass wir da eine Höhlen-Tour-Tour machen müssen. Eine Höhlen-Tour-Tour-Tour machen müssen. Ist mir aber auch klar. Einfach unbindeteißen. Ohne Eisen werden wir eine Fehlzahn bringen. Aber das gibt es alles im nächsten Part. Ich sage danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. So wer es bespielen. Minecraft. Hör mir weg. Wenn wir die Höhlen-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour. Untertitelung des ZDF, 2020